hallo und willkommen zurück meine lieben rollenspiel strategie spieler und zwergenfreunde zu spellforce shadow of the phoenix wesentlich ist dabei und einsatz bereit zu machen mir nach und da kommt ein angriff vom gegner also zurück 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 sofort vorwärts genau dass sie erst bei die idee der türbe kommen sind auf feinde gestoßen und dann haut was sie und verliert schon wieder runde erwarte befehle da kommt noch die katze katze welle an gebt da unterwegs gebiet sicher bleibt das steighaft aber wir haben paladin verloren das ist nicht so schön ein sauber offen halten zu gebiet sichern so wird die kämpfe schon mal mit den beiden die türme zerstören augen offen halten marschbefehl die wahrscheinlichkeit dass das die mumien marschbefehl kontakt sollte einsatzbereit sichern so jawohl wir haben drei hunde verloren das rentiert sich jetzt nicht der greif wartet schon folgt mir so fort jawohl bin unterwegs erwarte befehle so ihr habt gerufen sofort schnell gibt das zeichen bin unterwegs einsatz bereit gebiet sichern jawohl alles klar befehl verstanden bereit für den kauf gelaufen halten jawohl und lustigerweise kostet die der angriff keinen mana was die ganze sache etwas angenehmer einfacher macht wir sind bereit folgt mir so dann können wir bereit für den kampf marschbefehl reingehen sichern achtung nicht bitten rein wir sind bereit sie schlagen zu bereit für den kampf feindkontakt bin unterwegs hierin schütze uns so befehl verstanden bereit für den kampf mein greif wurde verletzt einsatzbereit verstärkt die verteidigung alles klar gut das erste lager haben wir abgerissen oh ein diamant bin unterwegs hier schnell in die schlacht jawohl alles klar hier ist noch ein marschbefehl auf dem wir acht geben müssen bin unterwegs standhaft aber erstmal hier das ding weg machen ist zwar kein spawner mehr in sich feindkontakt gebt das teil unterwegs gebiet sichern so ihr habt gerufen wo bin ich denn ich gehe mal vor spähen auf mein kommando für die freiheit okay da kommt die nächste welle die sollten wir jetzt gleich mal abfangen schnell nichts mit abfangen feindkontakt offen halten bleibt standhaft sie schlagen zu okay ein paladin folgt uns gebt das zeichen sicher sind auf feinde gestoßen vorsicht sie sind hier na gut die kleine gruppe die schaffen wir auch so vorsicht sie sind hier sind auf feinde gestoßen gebt das zeichen vorsicht ok mal kurz zurück mit euch ein greif wurde verletzt sie haben es auf uns abgesehen bereit für den kampf ich habe schon wieder den paladin verloren erwarte befehle sichern alles klar dann geht ihr mal befehl verstanden schön hier plündern befehl verstanden sie haben es auf uns abgesehen schnell einsatzbereit bin unterwegs so gut das war das erwarte befehle verstanden da sind noch kisten zum plündern da und da hier geht es nämlich nicht runter hier ist ein hang sehe ich gerade marschbefehl sofort jawohl alles klar augen offen halten mein greif wurde verletzt bin unterwegs einsatzbereit erwarte befehle hierin schenke und günstigen wind so damit dürfte jetzt hier so gut wie alles tot sein feindkontakt sie haben es auf uns abgesehen erfahrungspunkte hierin schenke uns günstigen wind hierin schenke uns günstigen wind die verteidigung mir nach oh da ist wieder einer aufgetaucht ach purifizierter waffenmeister vorwärts und ja was mir so aufgefallen ist wir hatten in der letzten aufnahmesession ein level ab das ich noch gar nicht vergeben habe aber da wir da gleich nochmal eins haben marschbefehl gebiet sichern gebiet sichern alles klar befehl verstanden alles klar verstärkt die verteidigung okay die kann ich von der seite nicht angreifen gebiet sichern das ist doof der greif wartet schon mir nach für die rune also jetzt erstmal die sensenläufer hier ausschalten wobei der bandstarrer die kann ich auch von hier aus ausschalten gebt das zeichen sie haben es auf uns abgesehen bin unterwegs hierin schütze uns feindkontakt genau stufe 1 der greif wartet schon schenke uns günstigen wind wir sind bereits in der luft okay da kommt schon wieder ein angriff sollte ich aber mit meinen drei kumpanen gut schaffen mein greif wurde verletzt bereit für den kampf marschbefehl sie haben es auf uns abgesehen na mal gucken ob ich was dann wir sind bereit sind bereits in der luft sind bereits in der luft der blockade machen kann sind bereits in der luft marschbefehl so währenddessen verteilen wir mal ich möchte gerne das auf 12 haben also brauche ich weisheit 70 so für fernkampf brauche ich mehr geschicklichkeit und mehr stärke also packen wir erst mal punkte in stärke so das heißt ich kann dich rausschmeißen kann dich auch gleich rausschmeißen kann dich reinpacken kann dich rausschmeißen kann dich reinpacken kann euch beide rausschmeißen ich kann das beides etwas besser sortieren das hier reinpacken oh die kommt von da drüben mein greif wurde verletzt ok hier kann der greif wartet schon der greif wartet schon angegriffen werden sind bereits in der luft dann ziehen wir uns zurück wenn sie die da oben nicht angreifen können verteidigt unsere stadt die stadt wird belagert die stadt wird angegriffen die stadt wird angegriffen die stadt wird belagert den turm macht er noch glatt jetzt hat es auf urias abgesehen ok alles in butter gut kann nochmal die bevölkerung erhöhen ob ich da jetzt menschen reinstecken will weiß ich noch nicht bereit folgt mir ich weiß nämlich nicht was wir auf der anderen seite nachher so fort so fort ja und los mir nach monumenten haben folgt mir ich weiß wir haben hier ein hero monument und das war es auch schon hier haben wir alles zerlegt und geplündert ja jetzt ist hier unten dran dann 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 Bis zum nächsten Mal.